Hallo Nelly, ich hoffe du hast gut geschlafen. Ich bin Susi, wie du sehen kannst. Wir haben dieses Video gemacht, um dir zu zeigen, wie du deine Stützstrümpfe anziehst. Also Nelly, wir sind hier in deinem Schlafzimmer und hier sind auch deine Stützstrümpfe. Zunächst einmal rollst du beide Strümpfe herunter, so wie ich es mache. Auf diese Weise kannst du sie leichter anziehen. Lass uns mit einem Fuß beginnen. Zieh den Strumpf über den Fuß und dann rollst du ihn hoch, so wie ich. Sehr gut, das war doch einfach, oder? Jetzt machst du das gleiche mit deinem anderen Fuß. Setz den Strumpf am Fuß an und roll ihn hoch. Dannchen wir es mal noch. Das war's schon. Fertig. Gut gemacht.